Jetzt haben wir die Himmelanmeer-Suite, die 14.08 Uhr, die Dusche, die Toilette, dann hatten wir hier das Bett, schön vergießt. Hier ist das kleine Wohnzimmer, super schön gemacht, von der Auskammerlerin, ein Schlafzimmer. Hier geht es die Treppen hoch zum Balkon. Hier haben wir dann schön zwei Liegen, ein Vierertisch und eine schöne Himmelmitte.